Hallo! Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Dass wir hier in der Geschäftsstelle in Osnabrück der Signal Iduna ein klasse Team haben, ist ja vielleicht schon bekannt. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn auch um unsere Geschäftsstelle herum haben wir weitere Standorte. Und genau für einen dieser Standorte suchen wir eine Halbtagskraft im Innendienst. Falls du also Lust hast, in einem Versicherungsbüro, auch dort natürlich in einem klasse Team und auch dort in einer super Atmosphäre für die Signal Iduna tätig zu werden, oder falls du mehr darüber wissen möchtest, dann melde dich einfach, dann machen wir einen Termin und sprechen darüber. Melde dich!